Ich ging schläfrig ins Badezimmer, die Augen halb geschlossen und wünschte, es wäre ein Feiertag. Ich begann mir die Zähne zu putzen und schaute in den Spiegel und sprang einen Meter zurück. Mein Erzfeind schaute mich an, Mrs. Davis. Ich bin Sarah und bis gestern war ich nur eine 13-jährige Schülerin. Jetzt bin ich die Mathelehrerin. Gestern Abend, als ich endlich mit meinen Hausaufgaben fertig war und ins Bett ging, sah ich eine Sternenschnuppe. Ich musste mir was wünschen und das war der dümmste Wunsch meines Lebens. Ich wünschte mir, dass ich den Körper mit meiner Lehrerin tauschen könnte. Sie hatte es so leicht, aber in letzter Zeit machte sie uns das Leben zur Hölle, besonders Mrs. Davis. Sie hat die ganze Klasse mit Matheaufgaben berasselt und uns alle durchfallen und nachsitzen lassen. Als ich aufwachte, war ich entsetzt, dass mein Wunsch in Erfüllung gegangen war. Das war verrückt. Wie konnte das nur möglich sein? Eine weitere Welle des Schocks durchlief mich, als ich merkte, dass ich nicht einmal mehr in meinem Zimmer war. Das musste das Haus von Mrs. Davids sein. Ich saß völlig benommen auf ihrem Bett und versuchte zu begreifen, was hier geschehen war. Langsam stand ich auf und ging zum Spiegel. Was auch immer passiert war, ich wusste, was ich jetzt tun würde. Ein Grinsen breitete sich langsam auf Mrs. Davids Gesicht aus. Ich würde in die Schule gehen und die lustigste Lehrerin aller Zeiten sein. Mrs. Davids musste lockerer werden, ein bisschen auf der Kante leben. Ich schaute in den Kleiderschrank. Igitt, dachte ich mir, als ich die grauen und braunen Hosenanzüge und Blusen durchging. Ganz hinten fand ich ein Metallica-T-Shirt. Vielleicht aus einer Zeit, als Mrs. Davids noch lustig war? Es war schwer vorstellbar. Kein strammer Dutt heute für uns. Ich ließ die Haare offen. Ich fuhr mit den Fingern durch mein Haar und machte es ganz unordentlich. Als nächstes trug ich dicken schwarzen Eyeliner auf. Perfekt. Ich gluckste vor mich hin. Ich öffnete die Schublade, um das Make-up wegzuräumen, als ich in der Ecke einen zerknüllten Zettel sah. Wenn du nicht willst, dass dein Mann deine Geheimnisse herausfindet, triffst du mich am verabredeten Ort. Ich las es laut vor. Hm. Ich war neugierig, was das zu bedeuten hatte. Vielleicht würde ich heute noch mehr herausfinden. Ich legte es zurück und schaute mich ein letztes Mal um, bevor ich mich auf den Weg machte. Ich kam in der Schule an und war ein wenig zu spät für meine Morgenstunde. Als ich das Klassenzimmer betrat, starrten mich alle Schüler sprachlos an. Ich schenkte ihnen ein breites Lächeln. Guten Morgen, ihr Süßen. Setzt euch. Wie geht's euch allen an diesem schönen Morgen? Ich sah, wie sehr sie überrascht waren und genoss das. Heute wird so ein lustiger Tag werden. Was wollt ihr denn lernen? Habt ihr überhaupt Lust zu lernen? Ich sah, wie die Kinder zögerlich lächelten und unbeholfene Blicke austauschen und diskutierten, was sie wollten. Äh, Geometrie? Ha. Falsche Antwort. Ich sag euch was. Ihr arbeitet schon viel zu lang und viel zu hart. Wer hat Lust auf einen Roadtrip? Lasst uns einen Ausflug machen. Das wird euch die nötige Pause verschaffen. Gut, oder? Ja, Mrs. Davids, sagte die Klasse eintönig. Oh, die Freude in ihren Gesichtern hat mir das Herz erwärmt. Ich rief den Schulbusfahrer an und sagte ihm, er soll den Bus herbeibringen. Befehl der Direktorin. Wir stiegen in den Bus ein und ich jubelte. Inzwischen hatten die Kinder begriffen, dass ich wahrscheinlich einfach nur gute Laune hatte. Also spielten sie mit. Wir fuhren zu einem Vergnügungspark und ich hatte riesen Spaß. Und natürlich waren alle Fahrgeschäfte auf mich gerichtet. Es war viel Geld in Mrs. Davids Tasche und ich habe für alle Eis besorgt. Als wir zurückfuhren, war es schon abends. Ich hatte vergessen, dass die Kinder rechtzeitig zurück sein sollten, damit sie abgeholt werden konnten. Aber das war egal. Mrs. Davids wird so viel Ärger bekommen. Das geschieht ihr recht. Als wir die Schule erreichten, sah ich, wie erwartet, eine große Gruppe von Leuten draußen warten. Sie sahen alle wütend aus und ich glaube, ich sah den Blitz eines Polizeiautos. Mädchen, das würde ein Aufstand werden. Als wir ausstiegen, rief mich der Direktor in sein Büro. Igitt Hoppy, ich bin jetzt so müde. Lass uns die Bestrechung morgen machen, ja? sagte ich. Gähnte und streckte meine Arme aus. Die Kinder lachten und Mr. Hopkins wurde richtig wütend. Wir werden dieses Treffen jetzt haben, Mrs. Davids, sagte er. Ich seufzte und folgte ihnen in seinem Büro. Und natürlich explodierte er geradezu vor mir. Was ist denn heute in dich gefahren? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du getan hast? Weißt du, wie viel Ärger das allen Eltern und der Schule bereitet? Yo, schill mal. Du willst dir doch keinen Herzinfarkt holen, oder alter Mann? Ich verstehe, wenn du mich feuern wirst. Ich habe es verdient. Bis später, Hater, sagte ich. Und drehte mich um. Wobei ich versuchte, nicht zu lachen. Warte, du weißt, dass ich dich nicht feuern kann. Du bist viel zu wichtig für unseren Betrieb. Ich spitzte die Ohren. Er machte noch weiter. Aber diese Art von Verhalten wird nicht ungestraft bleiben. Du bekommst deinen Anteil an der nächsten Spende nicht. Und es wird eine große sein, sagte er mit bösem Blick in den Augen. Junge, ich hatte das Gefühl, dass ich über was Großes gestolpert war. Ich musste weiter so tun, als wären das keine Neuigkeiten für mich. Warum nicht? Ich werde dir nicht helfen, wenn ich nicht meinen Anteil an Geld bekomme. Du solltest froh sein, dass ich dir nicht komplett den Geldhahn zudrehe. Und vergiss nicht, dass ich alles über deine Vergangenheit weiß. Ich könnte dich zerstören. Also natürlich hilfst du mir. Und jetzt verschwinde aus meinem Büro, sagte er drohend. Ich verließ das Büro und versuchte alles zu verarbeiten, was ich gerade entdeckt hatte. Mr. Hopkins stahl anscheinend von den Spendengeldern der Schule. Und Mrs. Davids steckte mit drin. Aber es hörte sich sehr danach an, als würde er sie erpressen, seine Drecksarbeit zu machen. Was wusste er über ihre Vergangenheit, dass sie so verzweifelt geheim halten wollte? Mrs. Davids Telefon bekam eine Nachricht. Und ich sah eine SMS von jemand namens Mark. Hm, wer ist dieser Typ? Vor seinem Namen stand ein Herz und das sprach für sich selbst. Mrs. Davids hatte also doch einen Freund. Da ich wild entschlossen war, ihr Leben zur Hölle zu machen, beschloss ich, auch diesen Teil ihres Lebens noch schlimmer zu machen. Ich öffnete die SMS. Hey Babe, sind wir für heute Abend verabredet? Ich antwortete, nee, schaff's leider nicht. Hab noch was zu erledigen. Fast sofort klingelte das Telefon. Aber ich hab für dich gekocht. Ich hatte mich wirklich drauf gefreut, dich heute Abend zu sehen. Was hat sich geändert? Nein, ich bin nicht in der Stimmung. Vielleicht werde ich mir etwas Zeit mit meinem Mann verbringen. Was soll das? Ich dachte, ich geb mir Mühe, wenn dein Tag in der Schule so blöd war. Verdammt, also wusste der Freund von Mrs. Davids auch davon. Wie weit ist diese Sache gegangen? Ich beschloss mich, ihn zu treffen, nur um zu sehen, wie viele Informationen er hatte. Ich schickte eine SMS und bat ihn, mich abzuholen. Hey, ein kostenloses Essen ist doch nett. Wenig später hielt er ein Auto neben mir und jemand kurbelte das Fenster runter. Ich konnte annehmen, dass es Mark war. Wir machten uns auf den Weg zu seiner Wohnung. Es war ein großer, schlanker Typ, Mitte 30. Mir wurde schnell klar, dass er nichts über den Betrug wusste, in den Mrs. Davids verwickelt war. Nur, dass der Direktor ihr bei der Arbeit das Leben schwer gemacht hatte. Nun, das war witzlos. Und zu allem Überfluss war das Abendessen, für das er sich so viel Mühe gegeben hatte, ekelhaft. Ich vermisste das Essen meiner Mutter. Am Ende des Abends räumte Mark die Tische ab, kam zurück und setzte sich neben mich. Oh oh, wo sollte das hinführen? Dafür hatte ich mich nicht angemeldet. Er lehnte sich zu mir und küsste mich. Ich zog ihn zurück. Igitt! Mein Gott, Mark, dein Atem stinkt. Vielleicht ist es nicht die beste Idee, eine Dame nach einem Fischessen zu küssen. Er sah ziemlich beleidigt aus, aber das war mir egal. Mrs. Davids sollte sowieso Schluss mit ihm machen. Er war irgendwie lahm. Ich sagte ihm, ich hätte es eilig und würde ein Taxi nehmen. Als ich bei ihr ankam, sah ich, dass einige Lichter an waren. Der Ehemann muss zu Hause sein. Ein Mann kann nicht einmal eine anständige Mahlzeit zu Hause bekommen, nachdem er eine Woche lang weg war. Es ist nichts im Kühlschrank. Du bist die nutzloseste Frau, die ich je getroffen habe. Danach nahm er seinen Mantel und seine Schlüsse und ging. Gott sei Dank. Ich hoffe, er würde den Abend nicht mehr kommen. Und kein Wunder, dass Mrs. Davids einen Freund hatte. Ich begann zu verstehen, warum sie so schlecht gelaunt war. Ich kroch ins Bett und schlief sofort ein, nachdem ich diesen Tag erlebte. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, setzte ich mich sofort aufrecht hin und betrachtete meine Hände und Füße. Ich war wieder da. Hallo Sarah, ich hab dich vermisst. Ich konnte mich auf der Stelle umarmen. Ich verstand die bizarren Ereignisse von gestern nicht. Aber ich hatte ganz sicher nichts davon vergessen oder die Geheimnisse, die ich jetzt kannte. Und ich hatte vor, meinen Spaß damit zu haben. Ich schnitt einige Buchstaben aus einer Zeitung aus und machte mir einen Zettel. Ich klebte die Buchstaben auf ein Stück Papier und faltete es zusammen und legte es unter den Staubwedel auf ihren Schreibtisch. Ich weiß von deiner Sachtümmen, Mr. Hopkins. Du bist in so viel Ärger. Mrs. Davids kam ins Zimmer, sah den Zettel und zerknüllte ihn schnell, bevor sie ihn in die Tasche warf. Ich sah, wie sie ihre Augen vor Schreck weiteten. Ich schaute schnell weg. Ich wollte nicht, dass sie vermutet, dass ich es war. Ich sah sie den ganzen Tag herumzappeln und es gab mir so viel Befriedigung zu wissen, dass ich ihr wirklich unter die Haut gegangen war. An diesem Tag war sie überhaupt nicht gemein zu uns. Am nächsten Tag hatte ich noch einen Zettel für sie. Weiß Mr. Davids von Mark, Martha? Sie wurde weiß wie ein Gespenst. Sie sah aus, als würde sie gleich ohnmächtig werden. Wieder sagte sie nichts, sondern machte mit dem Unterricht weiter, aber sie machte ihre Sache nicht wirklich gut. Ich habe meine Machtposition total genossen. Mit großer Macht kommt große Verantwortung, sagte ein Superheld. Ich musste mein Wissen zum Wohle aller meiner Schüler einsetzen. Ich beschloss, dass es an der Zeit war, eine weitere Notiz zu hinterlassen. Diesmal versuchte ich, etwas bedrohlicher zu sein. Vielleicht solltest du deine Schüler besser behandeln, wenn du nicht willst, dass diese Information nach draußen dringt, Mrs. Davids. Als Mrs. Davids diese Notiz sah, wusste ich, dass sie genug hatte. Ich machte den Fehler, die Schüler mit einzubeziehen, was bedeutete, dass sie wusste, dass es einer von uns war. Sie stellte sich vor die Klasse, kalt und berechnend. Wer von euch hat das getan, fragte sie. Ich stellte mich dumm und warf ihr einen fragenden Blick zu, als hätte ich keine Ahnung. Wer auch immer es ist, du wirst es bereuen, sagte sie knirschend. Ich lachte. Nachdem die Schule an diesem Abend zu Ende war, ging ich nach Hause, als mich plötzlich jemand am Arm packte und hinter die Mülltonne zog. Es war Mrs. Davids und sie sah extrem wütend aus. Ich weiß, dass du es bist, die die Zette hinterlässt, Sarah. Willst du in meiner Klasse durchfallen und dieses Jahr wiederholen müssen? schrie sie mich an. Ich weiß nicht, wovon sie reden, versuchte ich zu protestieren. Oh doch, das weißt du. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich weiß, dass du den Tag damit verbracht hast, ich zu sein. Und du hast einfach deine Nase in meine Angelegenheit gesteckt. Und ich hab einen Tag damit verbracht, du zu sein. Hab mich den ganzen Tag im Bett rumgerollt und so getan, als wäre ich krank, damit ich nirgendwo hingehen muss. Und weißt du was? Es war der beste verdammte Tag, den ich seit Jahren hatte. Sie sah mich wütend an und hielt mich fest. Du hattest deinen Spaß. Was auch immer du glaubst über Mr. Hopkins und mich zu wissen, es wäre das Beste für dich, wenn du dich fernhältst. Ich warne dich, Sarah. Als ich tief in Gedanken versunken nach Hause ging und mir den Arm rieb, kam aus dem Nichts ein Auto und jemand zog mich hinein und steckte mir ein Knebel in den Mund. Ich versuchte verzweifelt zu schreien und zu treten, aber nicht allzu lange, denn plötzlich wurde alles schwarz. Als ich aufwachte, war ich an einem Stuhl gefesselt. Ich war völlig verängstigt. Wo war ich? Wer hatte mich gekidnappt? Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt. Wenig später betrat Mr. Hopkins den Raum. Er hatte das böseste Lächeln im Gesicht. Du steckst ganz schön in der Klemme, du Schwachkopf. Mrs. Davids hat sich in letzter Zeit komisch verhalten, also habe ich ihr eine kleine Wanz in die Tasche gesteckt. Du weißt viel zu viel für dein eigenes Wohl. Jetzt muss ich es mir überlegen, was ich mit dir machen soll, sagte er und lehnte sich an die Wand neben der Tür. In dem Moment fiel mir auf, wo ich war. Es sah aus wie ein altes Haus. Ich konnte nichts aus dem Fenster sehen, aber die Geräusche draußen schienen nicht aus der Mitte der Stadt zu kommen. Aber dann fühlte ich, wie sich alles auf mich zubewegte. Als ich das nächste Mal aufwachte, war es ein sehr lautes Klopfen an der Tür. Mr. Hopkins, lassen Sie mich rein. Es war Mrs. Davids. Mrs. Davids, was machen Sie denn hier? hörte ich Mr. Hopkins sagen. Er klang überrascht und ganz und gar nicht erfreut. Wo ist das Mädchen? verlangte Mrs. Davids. Was haben Sie mit ihr gemacht? Mrs. Davids, Sie haben unseren ganzen Betrieb in Gefahr gebracht, weil Sie nicht vorsichtig genug waren und jetzt muss ich Ihren Schlamassel aufräumen. Machen Sie sich keine Sorgen um das Mädchen. Ich kümmere mich um Sie. Da Sie hier unangemeldet aufgetaucht sind, können Sie sich auch nützlich machen. Ich werde nichts für Sie tun, bevor Sie das Mädchen nicht gehen lassen, rief Mrs. Davids. Genug mit dem Unsinn, Mr. Hopkins schnappte wütend zurück. Wollen Sie, dass Ihr furchtbarer Ehemann und alle Eltern wissen, dass Sie früher eine Stripperin waren? Du wirst obdachlos und arbeitslos sein, bevor du es merkst. Und diese Kredite werden sich nicht von selbst abbezahlen. Du brauchst das Geld und du wirst tun, was ich sage. Wow! Sollte die Überraschung jemals aufhören? Das war das Letzte, was ich mir vorgestellt hatte. Dass es Mrs. Davids Geheimnis sein würde. Und sie war gekommen, um mich zu retten? Ich habe keine Angst mehr vor Ihnen, Mr. Hopkins. Und ich habe die kleine Wanze gefunden, die Sie in der Tasche hatten. Ich habe damit alles aufgezeichnet, was Sie gerade gesagt haben. Es klang, als würde Mr. Hopkins Möbel werfen. Er wollte Mrs. Davids etwas antun, und ich konnte nichts tun, um zu helfen. In diesem Moment hörte ich, wie die Tür aufsprang. Polizei! Runter auf den Boden! Sofort! Das nächste Mal, als ich aufwachte, war im Krankenhaus. Ich hatte eine vage Erinnerung daran, wie ich aus dem Haus getragen wurde. Mrs. Davids war an meiner Seite. Sie erklärte mir, dass ich seit zwei Tagen vermisst wurde, und sie hatte die Wanze in der Tasche gefunden und eins und eins zusammengezählt. Sie rief die Polizei an und erzählte ihnen alles. Sie wusste von dem Haus im Wald, weil sie dort ein paar Mal sich getroffen hatten. Gerade, als ich mir alles zusammenreimen wollte, rannte jemand durch die Tür rein. Es war Mr. Davids. Du, da bist du ja, schrie er Mrs. Davids an. Ich habe überall nach dir gesucht und gerade herausgefunden, dass du damit beschäftigt warst, irgendeinen idiotischen Schüler zu suchen. Ich musste die letzten zwei Tage ekelhaften Tiefkühl-Hackbraten essen. Mrs. Davids schaut ihn angewidert an. Ich habe schon einen Freund. Du wirst es nicht bemerkt haben, aber ich habe schon die Hälfte meiner Sachen ausgezogen. Dieser Hackbraten ist das Letzte, was du von mir zu essen bekommst. Verschwinde! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018